Vielen herzlichen Dank für die freundliche Einführung. Meine größte Sorge ist, dass ich nicht so lustig bin wie meine Vorredner, deshalb werde ich versuchen, einfach etwas trockener meine Ergebnisse zu präsentieren. Ich möchte mit Ihnen ein bisschen darüber sprechen und da vielleicht auch ein bisschen eine andere Haltung einnehmen, dass das Internet deshalb so suchterzeugend ist, weil es ja eine ideale Welt ist. Und ich möchte Ihnen aber auch erstmal ein paar Daten zeigen. Wir haben in elf europäischen Ländern Untersuchungen gemacht zur Prävalenz von Internetsucht im Jugendalter. Das sehen Sie hier. Pathologischer Internetkonsum wird das zum Teil auch genannt. Wir liegen so im Durchschnitt irgendwo zwischen vier bis fünf Prozent der Jugendlichen im Alter von 15 Jahren. Das war allerdings im Jahr 2009, relativ zu Beginn meiner Forschungsarbeiten. Wir haben jetzt weitere Studien gemacht, die zeigen, die Prävalenzzahlen sind noch deutlich steigend. Also wir haben es hier sicherlich mit einem häufigen Phänomen zu tun. Wir haben es mit einem Phänomen zu tun, das derzeit natürlich auch aufgrund des rasanten Wachstums der Verfügbarkeit von Internet eben auch einen sehr deutlichen Anstieg erfährt. Und was man schon auch ganz klar sagen muss, wenn wir über die Jugendlichen reden, die internetsüchtig sind, dann ist das keine Bagatelle, sondern das sehen Sie hier auf dieser Grafik. Die sind auch ziemlich krank. Die leiden sehr, sehr stark häufiger unter Depressionen, unter Angstzuständen, die haben aber auch mehr ADHS. Das hat jetzt noch nichts zu tun mit einer Kausalität. Das sind jetzt erst mal Assoziationen, aber es ist relativ wichtig, dass eine Gruppe von jungen Menschen, die ist dadurch einfach sehr belastet. Und ich wollte Ihnen hier ganz gerne zeigen, ich hatte ja schon angekündigt, die Prävalenz steigt, ich hatte die Möglichkeit eben 2012, drei Jahre später nochmal eine große europäische Untersuchung durchzuführen, daran teilzunehmen. Das sind diese beiden Studien und da sehen Sie relativ schnell, der untere Balken ist der aus der Studie von 2012. Sie haben doch überall einen deutlichen Anstieg in der Häufigkeit der Internetsucht. Interessanterweise einen deutlich geringeren Anstieg in Deutschland. Woran liegt das jetzt, dass in anderen Ländern so ein dramatischer Anstieg da war, in Deutschland nicht? Das lässt sich relativ einfach erklären, wenn Sie sich den Anstieg der Haushalte und der Individuen anschauen, die in diesem Zeitraum noch sozusagen vermehrt Zugang zum Internet hatten. Da ist Deutschland in Europa sehr weit vorne gewesen, Österreich wahrscheinlich auch relativ weit vorne. Da ist nicht mehr so viel passiert. Während in anderen Ländern gab es da noch eine Verdopplung, eine Verdreifachung zum Teil des Zugangs zum Internet. Internet und das heißt im Prinzip zwei Sachen. Solange wir noch nicht irgendwie die volle Internetzugängigkeit haben, wird wahrscheinlich die Prävalenz noch steigen. Die gute Nachricht ist, irgendwann gibt es dann einen Deckeneffekt. Dann werden wir uns auf einer relativ hohen Prozentzahl einpendeln. Ich beschäftige mich ja nicht nur mit Internetsucht, sondern ich beschäftige mich sehr viel mit dem Phänomen der Emotions- und Stressregulation. Das ist etwas, was für uns alle Menschen sehr wichtig ist. Da wurde von meinen Vorrednern, gerade vom ersten Vorredner schon sehr viel gesagt und da sind Beziehungen sehr wichtig, da ist körperlich sehr wichtig, da sind Beta-Endorphine, Oxytocin, andere, viele hormonelle und physiologische Prozesse sehr wichtig. Und warum interessiert mich das auch im Zusammenhang mit der Internetsucht? Es wird postuliert, dass eben gerade Menschen, die im Alltag ein hohes Stress erleben haben, im Sinne einer Flucht ins Internet, vor allem durch Spiele, aber auch andere Dinge, diesem hohen Stress erleben entfliehen. Und dass das Internet kurzfristig dann auch zu einer Stressentlastung führt. Dadurch haben sie diesen schönen suchterzeugenden Verstärkungsprozess. Ja, ich befinde mich in einer Situation, die finde ich ein bisschen doof, mache ich was anderes, das tut mir total gut, ja, dann ist es doch logisch, dass ich immer mehr von dem mache, was mir gut tut und immer weniger von dem, was mir nicht gut tut. Und nicht umsonst ist, Sie haben vorher schon mal ganz kurz diese Kriterien gesehen, gibt es eben ein Kriterium für diese neue Diagnose der Internetsucht, das nennt sich dysfunktionale Emotionsregulation oder Stressbewältigung, ja. Also das ist ganz wesentlich. Und damit beschäftige ich mich seit einigen Jahren und habe da im Prinzip auch jetzt mal zwei Hypothesen formuliert, die ich mit Ihnen anhand von einigen wissenschaftlichen Befunden dann kurz durchgehen müsste. Das eine ist, wenn dem so ist, ja, was da jetzt postuliert wird, dann müssten wir ja erst mal zeigen, dass junge Menschen mit Internetsuche auch wirklich mehr Stress haben. Das ist relativ klar. Und die andere Hypothese müsste aber sein, junge Menschen mit Internetsucht reagieren vielleicht auch stärker auf Stress. Also es muss ja nicht nur sein, dass die alle mehr Stress haben, sondern vielleicht haben die auch den gleichen Stress, verarbeiten den aber ganz anders. Das ist diese dysfunktionale Stressbewältigung. Und beides haben wir untersucht. Das erste kürzlich publiziert an einer Stichprobe von ungefähr anderthalbtausend Jugendlichen und da haben wir uns einfach mal ganz viele unterschiedliche Stressoren angeschaut. Bei einer Normalpopulation von Jugendlichen und eben angeschaut, wie hängen diese Stressoren mit Internetsucht zusammen. Und was Sie da schon sehen, relativ passend auch zu dem, was von den Vorrednern gesagt wird, die Stressoren, die mit Beziehungen zu tun haben, die sind besonders relevant. Sie sehen hier Trennung von Freund oder Freundin, Streit mit Lehrern. Hier unten sehen Sie Ärger mit Eltern. Alles, wo sozusagen dieser Fehlerbalken nicht über diese Linie drüber geht. Das sind die, wo Sie wirklich einen signifikant deutlichen Zusammenhang haben. Und da gibt es wirklich die Themen Ärger in der Schule, Ärger mit den Eltern, Ärger mit der Peer-Gruppe, ja alles, was irgendwie interpersonell schwierig ist. Das scheint irgendwie einen besonders deutlichen Zusammenhang zu haben mit dem Phänomen Internetsucht. Zusätzlich, das ist sozusagen eine Längsschnittstudie, die wir gemacht haben. Über zwei Jahre haben wir Jugendliche auf Symptome von Internetsucht hin untersucht und haben dann einfach mal geschaut, was gibt es denn für sozusagen Vorhersageparameter, also wie entwickelt sich denn das, ja, was sind so die Einflussfaktoren auf die Entwicklung einer solchen Internetsucht. Die eine Aussage dieser Folie ist, der beste Vorhersageparameter für Internetsucht ist vorherige Internetsucht. Ja, das ist ziemlich doof, weil das heißt, das Phänomen ist relativ stabil, ja, liegt unter anderem daran, dass die meisten Jugendlichen sich nicht in Behandlung begeben, ja, liegt natürlich auch daran, dass es eben zu diesem Teufelskreis kommt, der sich relativ schwer durchbrechen lässt. Dann gibt es aber durchaus auch noch andere Vorhersageparameter, einer besonders stark, das sind emotionale Probleme, Angst und Depression im Speziellen, ja. Also ein Jugendlicher, der zusätzlich zu Symptomen der Internetsucht noch unter einer starken emotionalen Beeinträchtigung leidet, ja, im Sinne des Teufelskreises, hat ein ganz starkes Risiko, da immer weiter rein zu geraten, ja. Und das Wichtige daran ist, ist, dass auch so ein bisschen die Kernmessage meines Vortrages heute ist, wir dürfen uns gar nicht, wir haben immer alle so Angst vor der virtuellen Welt und wie sollen wir denn da mit den Jugendlichen umgehen? Und wenn Sie eine Sache gegen Internetsucht tun wollen, dann beschäftigen Sie sich gerne auch einfach mal mit der realen Welt, ja, denn die virtuelle Welt ist attraktiv, das haben wir vorher auch von Kollegen gehört, ja, die bietet viel und das werden wir auch nicht mehr ändern, ja. Wir können aber ändern, dass die reale Welt attraktiv bleibt, ja, wir können vielleicht verändern, dass Jugendliche emotionale Probleme haben, wir können vielleicht an den verschiedenen Stressoren etwas ändern, ja, und das ist sicherlich etwas, was man machen kann, denn, wenn Sie das Ganze dann mal zusammen sehen, dann sehen Sie, wir haben immer noch sowohl die stressigen Lebensereignisse als auch die psychischen Probleme, ja, in einem Modell als Vorhersageparameter der Internetsucht, ja. Sie bleiben beide bestehen, das heißt, Sie haben eben diese komplexe Interaktion aus den negativen Offline-Verstärkern, ja, ein negativer Verstärker ist sozusagen etwas, was, also ein Problem, was das Suchtverhalten weiterhin verstärkt, ja, das heißt, Sie haben dort die Schulprobleme, die familiären Konflikte, diese ganzen Stressoren, die dazu führen, dass die reale Welt, die Offline-Welt nicht so wahnsinnig positiv empfunden wird, dass die schwierig ist, ja, und dann kommt das Internet daher und bietet, Sie haben es vorher gehört, den Avatar, der sieht schon mal besser aus als man selber und Facebook und da habe ich viel mehr Freunde als in meiner Klasse, ja, und all diese Dinge und dann ist doch logisch, dass ich lieber dort bin, ja, und Problem ist, dann geht dieser Teufelskreis aber weiter, denn weil ich so viel im Internet bin und weil ich mich nicht um die Schule kümmere und weil ich mich vielleicht noch nicht mal mehr um mein Aussehen kümmere, weil das brauche ich ja nicht, wenn ich die ganze Zeit vor dem Internet bin, wird mein reales Leben immer schwieriger, ja, und so geht es hin und her, ja, das heißt, die erste Frage, haben Jugendliche mit Internetsucht mehr Stressoren, mehr Probleme? Ja, sehr, sehr klar, wir wissen noch nicht genau unbedingt Henne-Ei, ja, und wir haben noch nicht keine Ahnung, natürlich ist es wahrscheinlich beides, Sie haben mehr Stressoren und dann tun Sie sich durch die Internetsucht auch noch mehr Stressoren einkaufen, aber es ist sicherlich erst mal richtig. Für die zweite Frage würde ich Ihnen gerne ein bisschen Neurobiologie relativ vereinfacht näher bringen und zwar gibt es ein sehr wesentliches Stresssystem des menschlichen Organismus, das ist die sogenannte Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Rinden-Achse, ja, der Hypothalamus im Gehirn, der sendet sozusagen, hier passiert Stress, ja, und dann wird unsere Hirnanhangstrüse, die Hypophysen stimuliert, diese zerniert dann wieder ein weiteres Hormon und am Ende gibt es so kleine Organe auf unseren Nieren, die sogenannten Nebennieren, die produzieren Cortisol. Cortisol haben Sie alle schon mal gehört, kann man sich als Creme irgendwo draufschmieren, gibt es als Spray, gibt es als alles Mögliche. Es hat vielfältigste Funktionen, aber es ist vor allem mal eines unserer wesentlichen Stressantwort-Hormone im Körper, ja. Und Sie erinnern sich an die zweite Frage, wir haben uns ja auch überlegt, haben Jugendliche mit Internetsucht denn eine andere Stressverarbeitung, ja, also können die auch einfach mit Stress schwieriger umgehen? Dazu haben wir ein Experiment gemacht und zwar mit einem standardisierten Stressor. Das ist ganz lustig, da werden Jugendliche vor so ein Komitee gesetzt und die stehen dann ein bisschen so da, wie ich jetzt hier, also mit mehreren Kameras, Scheinwerfern für irgendwie diese neutral bis grimmig guckende Komitee und die kriegen die Aufgabe, zuerst einmal ein fiktives Jobinterview zu führen, müssen sich fünf Minuten am Stück präsentieren und durchgängig reden und müssen dann noch unlösbare Kopfrechenaufgaben machen, bekommen da ein negatives Feedback dazu, also es funktioniert sehr gut, es ist ein richtig starker psychosozialer Stress für fast jeden Menschen, ja, das ist auch ganz gut, sehen Sie hier und was passiert ist, diese Hormone, sowohl des Acetals als auch des Cortisol steigen bei so einem Stressor stark an und das macht auch Sinn, denn wir brauchen in so einer Stresssituation das Cortisol zur Regulation unserer Stressantwort, auch der emotionalen Stressantwort. Was wir also gemacht haben ist, wir haben 25 männliche, weil wir die mehr haben in der Klinik, Jugendliche mit pathologischer Internetnutzung und 25 gesunde Kontrollen, diesem sogenannten Trier-Sozial-Stress-Test ausgesetzt und haben uns dann mal angeschaut, wie reagieren die emotional auf diesen Stressor und wie reagieren die biologisch auf diesen Stressor. Die Idee war, haben die wirklich eine andere Stressverarbeitung? Und was Sie hier ganz schön sehen, ja, absolut, ja, Sie sehen hier die emotionale Stressantwort, die aversiv-emotionale Stressantwort, ja, also die negative Gefühlslage auf diesen Stress, hier beginnt der Stress, ja, und da sehen Sie, hier ist auch genau das, wo es auseinander geht, ja, die Jugendlichen mit Internetsucht, deutlich verstärkte aversive Stressantwort als die Kontrollen. Interessanterweise, was Sie hier sehen, das ist die Cortisolantwort, auch ein klarer Unterschied und Sie haben hier in Rot diesmal die erniedrigte biologische Stressantwort dieser jungen Menschen, ja. Sie haben also sozusagen ein Phänomen, dass Sie eine deutlich erhöhte negativ-emotionale Stressantwort haben vor dem Hintergrund einer erniedrigten Cortisol-Ausschüttung auf den Stressor. Und das ist etwas, was sehr, sehr wichtig ist. Ich hatte Ihnen vorher gesagt, Cortisol, ja, ist wichtig in der Stressantwort und wir wissen aus Studien, dass Cortisol einen protektiven Effekt auf unsere Emotionslage hat bei akutem Stress, ja. Es gibt Experimente auch an Menschen, wenn Sie denen als Tablette Cortisol geben und Sie dann Stress aussetzen, reagieren Sie weniger emotional aversiv auf einen Stressor, ja. Das heißt, wir haben hier schon relativ klar auch einen möglichen Mechanismus dafür, ja, die haben nicht nur mehr Stress, sondern die sind auch noch besonders vulnerable auf Stress, ja. Die kriegen die Stressantwort nicht richtig gut geregelt. Und das hat sie gemeinsam mit vielen anderen Jugendlichen, ich beschäftige mich, das wurde ja auch schon gesagt, sehr viel mit aller möglichen Unsinn, den Jugendliche so anstellen können nach ihrer Pubertät. Und da gibt es eben hier den Substanzmissbrauch, das sexuelle Risikoverhalten, delinquentes Verhalten, Hochrisikoverhalten, sehen Sie alles Mögliche. Eine Sache, mit der ich mich eben auch noch beschäftige, ist die Selbstverletzung, ja, dieses Ritzen, was viele Jugendliche machen. Und das Ritzen ist ja inzwischen schon hoch anerkannt, dass es eine Strategie ist zur dysfunktionalen Emotions- und Stressregulation. Also junge Mädchen vor allem ritzen sich, weil sie mit ihren starken, aversiven Gefühlen nicht nachkommen. Und einfach nur, damit Sie dieses gleiche Konzept nochmal sehen, zeige ich Ihnen eine Studie, die wir schon 2012 gemacht haben zur Cortisolantwort bei jugendlichen, weiblichen Selbstverletzern, noch ausgeprägter als bei den Internetsüchtigen, die haben fast überhaupt keine Cortisolantwort mehr. Ja. Also wir haben hier in der Tat ein wirkliches Problem, auch auf biologischer Ebene, der Stressantwort. Und dann ist es natürlich kein Wunder, dass solche Jugendliche auch eine gewisse Vulnerabilität haben, sich irgendwo Elemente zu suchen, wo sie Stress reduzieren können, wo sie weniger Stressoren ausgesetzt sind. Also beide Hypothesen, denen wir uns beschäftigt haben, ja, Jugendliche mit Internetsucht haben mehr Stress und ja, sie reagieren auch deutlich stärker auf Stress und dysfunktional im Vergleich zu gesunden Jugendlichen. So, was heißt das jetzt eigentlich? Ich hatte ja vorher so ein bisschen gesagt, die ideale Welt. Was heißt das jetzt eigentlich weiterhin? Haben wir jetzt im Internet also die ideale Welt für solche Jugendlichen? Ich glaube, nein, das möchte ich nicht sagen, sondern ich würde ehrlich gesagt einfach gerne sagen, psychische Gesundheit hat für mich ganz viel mit Balance zu tun. Alle, die meinen, wir könnten diese Entwicklung aufhalten und wir müssen die virtuelle Welt in irgendeiner Form wieder aus dem Leben unserer Kinder und Jugendlichen verbannen, die halte ich für einfach nicht besonders realistisch. Das wird nicht passieren. Da können wir uns auf den Kopf stellen. Aber in zehn Jahren sind unsere jetzt internetsüchtigen Jugendlichen nämlich die Erzieher ihrer Kinder. Ja, und spätestens dann wird es schwierig und da muss man einfach sagen, das wird nicht passieren. Ja, wir müssen uns damit abfinden, dass unsere Jugendlichen heutzutage den Spagat zwischen zwei Welten, zwischen einer realen und einer virtuellen Welt schaffen, die sich auch deutlich überlappen. Denn die sind ja auch online mit ihren Klassenkameraden und sonst noch was. Ja, das heißt, es gibt einfach einen neuen Lebensraum, der ist virtuell und wir empfinden das vielleicht noch nicht so, aber die Jugendlichen, die bewegen sich darin, als wäre das ihr Leben. Die haben dort Freunde, die haben dort Beziehungen. Diese Beziehungen haben Schwierigkeiten, das stimmt. Es gibt keine Körperlichkeit, es gibt viele Probleme. Und deshalb denke ich, ist einfach diese Balance wahnsinnig wichtig. Ja, und wenn Sie jetzt vor dem Hintergrund dieser besonderen Stressvulnerabilität sich überlegen, wie soll ich mit solchen Jugendlichen, mit solchen jungen Menschen umgehen, ja, dann denke ich, sollten wir weniger darüber nachdenken, wie wir die virtuelle Welt einschränken und reglementieren, ja, sondern wir sollten vor allem darüber nachdenken, wie können wir diesen Jugendlichen in der realen Welt helfen. Ich behaupte einmal, kein Jugendlicher, der anständige, schöne und wohltuende Beziehungen in der realen Welt hat, wird lieber diese Beziehungen in der virtuellen Welt führen, ja. Und kein Jugendlicher, der irgendwie Erfolgserlebnisse und Spaß in der realen Welt hat, wird ausschließlich in die virtuelle Welt gehen, ja. Das heißt, natürlich sollten wir auch ein Stück weit gucken, dass wir in der virtuellen Welt nicht alles erlauben. Die ist im Augenblick noch weitgehend anarchistisch, da wird es irgendwann Gesetze geben müssen. Man könnte auch gewisse besonders suchterzeugende Computerspiele reglementieren, ja. Aber ganz wichtig ist, lassen Sie uns auf die Realwelt schauen. Lassen Sie uns schauen, dass unsere Jugendlichen dort bestimmte Entwicklungsaufgaben erfüllt bekommen, dass sie dort unterstützt werden, dass man ihnen dort hilft, ihre Stressoren und ihre Probleme in den Griff zu kriegen. Und dann haben Sie letztendlich auch schon annähernd präventiv das Phänomen der Internetsucht im Griff, ja. Und Sie müssen sich natürlich immer überlegen, einige Jugendliche sind offensichtlich vulnerabler für so etwas als andere. Wir machen das, wir arbeiten sehr viel an Stress- und Emotionsregulationen in einer Ambulanz für Risikoverhalten und Selbstschädigung. Man kann da sehr viele Strategien für ganz unterschiedliche Probleme nehmen. Und ich denke, dass da sicherlich auch im Bereich Internetsucht in den nächsten Jahren einige Fortschritte noch geben wird. Ich stehe gerne für Fragen zur Verfügung. Hat mich offensichtlich, denn Sie sind noch nicht mal aufgestanden, ja, super. Und dann bedanke ich mich noch ganz kurz bei meiner Arbeitsgruppe und allen Förderern und meinen beiden Wirkstätten in Australien und in Deutschland und bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.